So Leute, was geht ab? Willkommen zur Feuerwehrsmischung 4.0 Teil 1 von 2 Mit dabei ist der Mr. Pyro-Manager Genau, so sieht's aus So, dann packen wir das ganze mal aus Schön hier verteilt Kennt das ja, kleine, schöne bunte Mischung So, was haben wir hier? Riesen-China-Burler-Day von Veko Dann haben wir hier noch ein Super-Burler 2 von Veko Schöne Speedies Hier von Zwergenaufstand Cut-1-Forkan, 3 Pyro-Cracker und die Flays Ich denke mal, die Flays machen wir zum Schluss Dann fangen wir mit den Pyro-Crackern an Genau, 3 Stück Nice Einer fällt schon runter Von Veko Genau Schlecht 2013er-Charge Vorne zugestoppt Nein, das ist ja nicht besonders Richtig Dreck So, dann machen wir mit den riesen China-Burlern-Day weiter Ja Also aktuell Genau, aktuell Ja, durchschnittlich, ne? Ja, nicht heftig Ganz normal durchschnittlich So... Moment zum Schluss machen wir auch noch? Ja, den machen wir zum Schluss. Machen wir jetzt mal die schönen Speedies Die schönen Speedies von Niko Niko ist hier der Boss Ja, auf jeden Junge, du weißt doch wie das ist Guck mal zwei von jeder Farbe Guck mal zwei von jeder Farbe Guck Ja, der war Ja Ja Ja, der war richtig gut Ja, dann machen wir mit dem Zauberbücher Zwergenaufstand Ja genau Ja 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 Hallo Ja 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 Mit dem Manager Ja Geht alle jetzt auf den Shop, Mann Bestellt alle, Junge Aber es ist ne begrenzte Stückzahl voran Genau, dessen müsst ihr alle schnell bestellen Ja Also für Kartei sind die auf jeden Fall nice Ja Ich hab gehört, die sollen manchmal explodieren Ja, ist schon mal vorgekommen Ja 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 Das war's schon So Und zu guter Letzt Der Superböller 2 von WECO Mit dem Männchenjob, genau Ja Ja, durchschnittlich Kann man sagen, ja So, dann sehen wir uns bei Möche Teil 2, Leute Haut da rein